Wo geht's denn da hin? Zum Aussichtspunkt. Das ist ja wie bei Monkey Island. Gehen wir erst mal zum Aussichtspunkt. Super 8 hatte mein Opa. Es gibt viele Kinderfilme von mir auf Super 8. Das waren noch Zeiten. Das sieht ja irgendwie bösartig aus da. Hallo Athanasius! Schön, dass du einschaltest. Heute mal kein Horizon Zero Dawn, sondern Thimbleweed Park. Whoa, there, little Agent Arino. You can't just go bumbling around the county without a map. It's too easy to get lost. And there is a Killerino on the loose. A Killerino. I'm a Federal Agent. I can take care of myself. And a darn fine Agent I'm sure of. But we have laws around here and everyone is required to have an official map. Oh, yes. And not just any map, but an official map. Streamen mit Kinderfilmen. Meine Eltern haben mich sogar witzigerweise auf DVD gebrannt. Ich könnte die also sogar streamen. Aber nein. And where would I find this official map? Well, the county is Plummerino out of them. I guess this really messes up your investigation. I'm sure the head office will understand, Arino. Shall I mark the case as unsolved? Gebe niemals auf. Not a chance. The feds never give up. I see. Manchmal komisch abgemischt. Okay. Yeah, you're right. I'll head back to town and find a map. Oh, Donuts do sound good. Jetzt will jeder sehen. Ja, könnt ihr ja gerne wollen, aber ich zeige es was anderes. Mitte bis Ende der 80er, Jugend. Ja, das war bei mir eher Kleinkinderinnerung. Das Ende der 80er war ich maximal sieben. Finde eine Landkarte. Okay, der Laden hat ja keine Landkarte mehr. Das haben wir ja gerade schon rausgefunden. Wollt ihr die Kinder... Das ist... Das wird nicht demokratisch abgestimmt, Zilos. Wo sind wir denn hier? Wir sind da... Wir leben ja nicht in einer Demokratie. Womit wollt ihr mich bestechen? Womit wollt ihr mich bestechen? Vielleicht... Oh, das wäre ernsthaft eine Idee an meinem Geburtstag, ne? Ich guck mal. Vielleicht machen wir da was. Okay, erstmal schauen wir uns hier den Müllcontainer an. Dann mach den doch mal auf. It's already slightly open. I'm not going to open it anymore. Way too smelly for me. Okay, ich hab ja eben Blowjob gelesen, aber es ist doch Blowout Puppy Sale. Pity's Pet Emporium. The pet store is for rent. Guess no one around here has any pets. No. Cat... 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 Catastrophe Clearance. Okay. Rikki's Torten. Oh. Rikki's Tortentür. Äh, das sind keine Torten. Das sind keine Torten. Äh, hallo? Rikki? She's too far away. Ja, dann geh doch nah hin. Hey, da. Let's go over to the counter, where we can talk. Alrighty, now. Ähm, based on your sign, I was kind of expecting this place to be a bakery. Sorry about that, hon. Man, this used to be Ricky's Cakes, but now we sell Vacuum Tubes. Das ist ja interessant. Okay, da warst du schon Anfang 20, okay. Nee, ich war da maximal sieben in den 80ern. Okay, ähm. Schade. Ein Stück Kirschkuchen wäre jetzt super gewesen. Am 4. Mai habe ich Geburtstag zieles. Oh, that's a shame. I was really hoping for a slice of cherry pie. Anyway, I'm Special Agent Reyes. I have some questions for you. Oh, pleased to meet you. I'm Rikki Lee and I'm the proprietor of this little store. What can I do for you, hon? Achso, nee, wie heißt der Laden jetzt? Since you don't sell cakes anymore, what's your store called now? Not really sure. I've been bouncing a few ideas around since the pivot. I don't suppose you have any suggestions. In der Röhre, der im Röhrenkucker füllig ungerohrt. Okay. Ich werfe füllig ungerohrt. Tube Town. Oh, that's a great name. I'm so lucky you wandered in today. The kindness of strangers is amazing. Glad I could help. Yay. Ich suche übrigens nach einer Röhre. I'm looking for a tube. We have lots of tubes here. over 3000 different Makes and Models. Do you know the two-letter Model identifier? Ja, WC. And what is the Make-Number? Sieben... Ich dachte, es wäre 87. Was sind 67? Eine Million. Oh, hat eine der Hydratron-Tubes wieder rausgebracht? Oh, ja. Die Pigeon-Brothers brauchen einen sofort. Okay, ich lasse es auf die Stadtkontrolle. Ich bekomme einen für dich, hon. Ja, cool, danke. Du wirst einfach warten, ich werde wieder zurück, bevor du es weißt. Hier geht's. Gib den Pigeonen meinen Begrüßen. Hey, cool. Äh, warte. Hey, da. Lass uns auf die Kontrolle gehen, wo wir sprechen können. Ja. Oh, hi. Welcome to Ricky's Tubes. Ich dachte, ich dachte, mein Name nimmt die jetzt. Menno. Brainbird, ja. Vierter Mai Kinderfilm, ja. Ich überleg mir da mal was. Do you know anything about the body by the river? Ich überleg mir was. Oh, yeah. I heard about that. It's super sad. The poor guy. Can't imagine anyone from around here doing something so awful. Are you sure you don't have any suspicions about the killer? Oh, no way, Jose. I don't believe for a second anyone in Thimbleweed Park is a killer. It had to be a drifter. Or one of those mean city folks passing through. Just promise to be careful who you trust. Oh, maybe you big city agents can't understand what it's like to live in such a nice little town. But I know these people. And they are like family to me. Some of them are a bit eccentric, sure. But I just can't picture any of them as a murderer. Ostern wird durchgestreamt. Hab ich heute schon wieder vergessen. Warum verkaufen die keine Kuchen mehr? Why did you stop selling cakes? Well, I didn't have much choice. People used to line up around the block for my muffins and pies. But over the past couple of years business really slowed down. Oh, I'm not complaining though, because it's given me an opportunity to go in a whole new direction. Tubes. Why did you choose to sell vacuum tubes instead? Well, hon, it's the darndest thing. At first I just sold a few spares I had lying around to try and help the bakery. But pretty soon those bad boys were selling better than the hot cakes going stale on my racks. Are you really this happy about selling vacuum tubes? Oh, you betcha. These tubes are my life's calling. I thought I would miss the smell of fresh bread every day. But the smell of ozone from the tubes is even better. And their electrical glow is as warm as an apple pie fresh from the oven. Yeah, I don't know. What do you think of Chuck? Oh, it's so sad that Chuck Edmund passed away. He was my hero. His booming economy gave us the bakery. And now his tube-based technology is giving me a chance to keep my store open. I think it's just the boost the town needs. What do you think about the state of the town then? It's not as bad as people make it out to be. A couple of stores have closed, sure. But it's just gonna make way for new, fresh businesses to bring life back to the town. I'm sure in no time at all the town will be completely rejuvenated. Okay. That's all for now. Don't leave town. Okay, hon. Just holler if you need me. Ah, alles klar. Machen wir. Können wir noch irgendwas anderes? Irgendwas angucken in diesem Laden? Nein, da ist eine Tür. Okay, dann gehen wir wieder. Telefonbuch. Ah! Das war doch ein Kickstarter-Projekt, oder? Das sind doch bestimmt die Kickstarter-Bäcker. Also, ich kann von hier leider nicht direkt anrufen. Okay. Wir rufen mal Aaron Sanders an 6337. It's out of order. The coin-slot is filled with glue. The buttons are missing and the cord to the receiver is caught. Otherwise, it looks fine. Okay. It's out of order. Schade. Schade. Kann ich das Telefonbuch denn mitnehmen? Nee, kann ich nicht mitnehmen. Irgo, Ingo, Dr. Avalanche, Kastbereit. Das sind definitiv die Backer. Also nicht mit E, sondern mit A. Hat Gronk da eigentlich auch gebackt? Scheinbar nicht. Oder? Ach so, das ist so rum. Erik Schätzlein. Oh. Erik, Erik, Erik. Nee. Zumindest nicht unter seinem richtigen Namen. Aber es ist natürlich schade, dass das Telefon kaputt ist. Kann man die gar nicht anrufen. Na gut. Nothing in there but Dust Bunnies. Hair today gone tomorrow. Gott, das ist ja, das sind wie diese schrecklichen Friseurnamen, die man auch in Deutschland hat. Nothing in there but Dust Bunnies. Dust Bunnies und das ist Bunnies Saloon. Verstehe. Was haben wir hier? Rock Arcade. Spielhalle. The doors are locked and nobody's inside. Ach so, aber das Licht ist alles an. Fats out now. Dame der Nacht. Window close, window close, window close. No one is in there. Dann reden wir doch mal mit der Dame der Nacht. Excuse me, ma'am. My, my, my. What do we have here? I'm sorry, ma'am. I don't pay for affection. Sweetie, I'm not a hooker. Although, there is something about a man in federally mandated polyester that makes me want to forget my wedding vows. I'm Lenore Edmund Mulch. Of the famed Pillowtronix Edmund family. And I'm waiting for my husband and son to arrive on the bus. Okay. Tell me about Pillowtronix. Pillowtronix was the brainchild of my uncle. The great entrepreneur and genius inventor, Chuck Edmund. The Edmunds made this town great when we opened the Pillow Factory. My family, even my stupid little sister Dolores, might as well be royalty as far as Thimbleweed Park is concerned, sweetie. Tell me more about Pillowtronix. I heard it closed down because of a fire. Yes, yes, yes. An incompetent security guard ruined our family legacy with his negligence. But let's talk about something more pleasant. Did you know the security guard at Pillowtronix? You're asking an awful lot of questions about this fire, sweetie. I... Now play nice and ask me something fun, Agent Cutiepants. Agent Stramme Hose. Do you know anything about the body by the river? Oh, sweetie. Yes, yes, yes. So glad someone is finally getting rid of it. But one does hear things and I do have an inkling of who might be connected to this nasty business. Okay, that end. Tell me who you think is connected to the body. Well, I hate to cast aspersions, but I suppose it is for the good of the town. Tell me what you know. Actually, no, I can't do this. The Edmund reputation is at stake. Ma'am, please tell me what you know. Fine, it was my sister Dolores. She abandoned our family and the business to become a... Äh, ein Lederjackenverkäufer. Das ist auch so ein Spruch, der sich durch mehrere LucasArts Adventures gezogen hat. Wenn man umgeklopft hat oder so war das, glaube ich, dann konnte man sagen, hallo, ich verkaufe diese schönen Lederjacken. Leatherjacket salesman? No, 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 no. It was far worse. She became... ...a video game developer. Oh, my God! It all started a few years back. Oh, it's coming. Mr. Flashback. She only wanted one thing. To be a game designer for that awful game company. Mucus phlegm. Uncle Chuck wanted something else for her, but no. She was too selfish. Only wanted to make stupid adventure games. I've got to get out of this town. Uncle Chuck wants me to program his factory computers, but I just want to design games. I wish I could get a job at a company like Mucus phlegm games. Now the only thing I have to look forward to is my favorite computer magazine. In fact, I should check the mailbox and see if it's arrived yet. Okay, da haben wir Albert Einstein, Billy Idol, das weiß ich nicht. Den kenne ich auch irgendwoher. Okay, erstmal die ASCII-Tabelle hier. It's my handy ASCII-Chart. Never know when you'll need to decode binary messages. So I always practice. Every day. Ah, Tago. Dolores. Das ist super. Man hat immer so einen Questlog für jeden Charakter, was man tun muss. Finde den idealen Job. Schau im Briefkasten nach deiner Computerzeitstelle. Und komme aus Thimbleweed Park. Okay. Printron 3000. It's Uncle Chucks' neue Invention. The Printron 3000. It's connected to my computer. Okay. It's an LFG-1982-Tube tube. In perfect condition. Ja, hab ich auch schon gesehen. Das ist Susie Boys' rote Dekodierlinse übrigens. Guck mal's gleich an. Das ist das Math-Trophy, das ich gewonnen hatte, als ich 12 war, und ein Sommerprogramm am Thomas-Bottemann-School-Of-Mathematik. It's made out of solid pewter, except for the Infinity-Symbol, which is pure Titanium. Cool. These are part of my action figure collection, including my prized Howard the Duck. If it weren't for my monthly computer magazine, being here would totally suck. Okay. It's a red gel decoder. Kann man den mitnehmen? Ja. Ah, das ist so... Oh Gott, diese Geheimnachrichten. So aus Yps-Heften oder Mickey-Maus-Heften. Wo du dann so ein Dings, so ein Blatt hast. Und wenn du dann das alles rot, du kannst eigentlich nichts erkennen. Und dann gehst du mit diesem Ding drüber und dann kannst du alles lesen. Oh mein Gott, das war früher so cool. These are my Chronicle of Narnia and a Hitchhiker's Trilogy. I love my books. Chronicle von Narnia ist so ein altes Buch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, okay. Computer. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 Floppy Drives and a blazingly fast 1200-Baud Modem. Boah, 1200-Baud. Okay, wir haben damals angefangen mit unserem ersten Modem, glaube ich, ein 33-Sexer. C64 hatte mein Bruder, da durfte ich immer nur manchmal so ein bisschen spielen. Aber ich habe mich leider nie selber besessen. Können wir denn... Kannst du nicht... Was? Diese Dekodierlinsen? Äh. My state-of-the-art Commodore 64 is turned on now. I'm bored playing games. I want a job at Mucus Phlegm so I can make games. I should check the mailbox. Maybe my computer magazine's arrived with some new game reviews. Okay, dann gehen wir gleich zum Briefkasten. Wer haben wir denn da? Ada, you're my role model. Too bad you don't program games though. Wer ist Ada? Kenne ich nicht. Max was the world's first computer-generated TV host. Someday we'll have one for real. Genau zielos, genau das meine ich. These are part of my action figure collection. Okay. I think Revenge of the Jedi was a much better name. Oh Gott, Star Wars, keine Ahnung. You're a rebel, Billy. Ja. I should check the mailbox for my computer magazine. Ja, mach mal gleich. Albert's my hero. These are my Kirk's box slash fiction books. I'm a believer. Ja, genau, oder, genau, oder sowas. In irgendwelchen Rätselbüchern. Da hattest du das Rätsel und die Lösung direkt auf einer Seite. Und, äh, damit du die Lösung nicht sofort siehst, war die halt so kodiert mit dieser roten Farbe. Wenn du dann diese Linse genommen hast, dann konntest du die Lösung sehen. Alter, oh, Kindheitserinnerung. Oh, wir haben, wir haben Kuchen im Inventar. Ricky Lee's famous Thimbleberry pie. Hot from the oven. Uncle Chuck does love Ricky's pies. He loves pie with coffee. Wer nicht. Graphics basic. It's graphic basic software from Hesware to supercharge my Commodore 64. It says it's by Ron Gilbert and Tom McFarlane. Wonder who they are. Ja, wo auch immer Ron Gilbert abgeblieben ist. Sondern ich hatte dieses Spiel programmiert. Oder geschrieben. Oder was auch immer. Da ist die Halle, da ist eine Tür. Äh, was? What? Ich werde immer verloren, nach all diesen Jahren. Ja, das glaube ich dir. Ungesehen. Da war eine Katze. Ich gehe einfach mal durch jede Tür und gucke, was passiert. Da war eine Kuh. Okay. Okay. Und wenn es nicht für meine täglichen Computermagazin war, zu sein, wäre es total krass. Ja, ja, wir holen jetzt schon dein Computermagazin. Ist ja nicht. Wie eine Madel. Just down the hall is the big staircase. Weiß nicht, wovon wir alle reden. Dekodierlinsen, Mann! Was haben wir hier für eine Tür? Indextron 3000. Okay. Können wir das benutzen? Viele Bücher. Aber du musst wissen, was du recherchierst. Ah, das stimmt natürlich. Oh Gott! Oh, die haben alle! Building a Chef. Computing tomorrow. Electronic tricks. How to program a droid. Do-it-yourself-maintenance. LAM. Madman or Genius. Programmierung der SR01. Bits of Love. Enkler. Uh. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Guck euch die ganzen Bücher an! Die haben alle einen einzelnen Hotspot hier. Bleib stehen! Bleib stehen, gute Frau! Alter! Guck euch das mal an! Das durften bestimmt auch die Bäcker sich aussuchen. Oh Gott!